Die nächste Melodie ist March of King Leaves. Das ist eine langsame Melodie und geht sehr gut zusammen mit einem brandenden Dudelsack. Wenn ich für das erste Mal mit Rapalje mitgespielt habe, hatten wir gesprochen über einen brandenden Dudelsack. Die haben wir dann auch ein und andere gebastelt mit den Nachbarn und Bronzmotoren und alles hat geklappt, aber wir können das natürlich nicht hier drin spielen, dann gehen wir wieder draußen und ihr Hopfli haben wir dann viel Spaß mit zugucken. Der Wind aus der Schatz-Hollandum. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018